Hallo Leute und willkommen beim Let's Play Hunger Game und hier seht ihr Erwin Schrange, der uns gerade den Po zeigt. Oh, er zeigt uns Sonnig-Tempo, juhu! Jetzt freue ich mich. Jo, okay, und mit dem will ich die Aufnahmen machen und wir sehen uns in einem Hunger-Game-Map wieder. Bis gleich. Hier sind wir endlich in einer Map drin und ich hoffe, wir überleben jetzt lange. Jo, und wir sehen uns in die, wenn's anfängt. Und hier unten seht ihr den Counter, das heißt, es geht gleich los. Go, go, und hier sehen wir gleich den Nord-Opt in Rot. Rechtsnehmir. Erstmal bisschen drumgepackt. Und ich kann schon wieder keine Kiste, ich kann schon wieder keine Blätter ausführen. Ich hab' grad' gesagt, ich kann schon wieder keine Blätter öffnen. Das ist das Lug, ist das Lug? Ne, ich doch kein Lug. Ich renne seit hinten, wie denn das ein Haus? Niemand konnte gerade was aufmachen. Es war nur einer, glaub ich. Kein Ahnung, oder da sind ein paar Stück auf. Wo bist du? Kein Ahm, so eine, eine Kiste mit ein paar Sachen drinnen. Bist nur in der Mitte? Ja. Ja, okay, verletzt mich nicht. Okay, verletzt mich nicht. Weil ich muss schnell rennen, ich werde gerade verfolgt. Komm, bleib in der Mitte, Alois. Ja, bin ich. Hilf, Alois, rette mich! Umdrehen und kämpfen! Rüchte. Er läuft die ganze Zeit durch dich, dann schlag ich dich immer. Ach, schlagst du mich die ganze Zeit. Du, es gibt kein Einkommen. Du bist tot. Und er ist tot. Yay. Brauchst du ein bisschen essen. Oh, es gab Verbindungsfehler. Ist nicht gerade so praktisch. Hast du was? Ja, ja. Komm, wir gehen jetzt irgendwo hin. Da ist noch jemand. Du weißt aber schon, dass ich nur eine Faust habe. Ja, ich weiß. Naja. War auch mein Schüppel kaputt gegangen. Ah, nee, ist wieder da. Wieder weg, wieder da. Wieder weg, wieder da. Der nervt, ich gehe weg. Ich gehe auf, dass eine Dach da war, bestimmt keiner. Weil dort gibt es immer Kisten. Ah, gut, hier kommen wir hoch. Gleich schon so von außen. Und gerade jetzt war da jemand. Wo bist du gerade? Ich habe dich hochgeschaut. Oh, das ist doch so ein leichtes Weg, leichter Weg. Brauchst du vielleicht ein bisschen essen? Ja, wäre nicht so schlecht. Wo bist du? Im Haus. Sind da noch ein paar Kisten? Ja, du suchst gerade. Lockt nicht so aus. Ich bin dort oben, bei dieser Etage. Ich auch gleich. Hi. Okay, ist nichts. Wie viel Hunger brauchst du? Zweieinhalb. Also zweieinhalb an das voll. Ich weiß, dass das alles macht genau zweieinhalb. Ja, weißt du mich? War nicht selig. Ich dachte, ich habe gerade eben nicht gehört. Und deswegen dachte ich, wieder Verbindungsfehler. Das stimmt, ich mache mal gar nicht mal geschert, angemacht. Och, so egal. Aber ich muss schon wissen, wann ich aufhören soll und so. Die beleben ich gerade. 15 Minuten. Doch, das schaffen wir diesmal. Diesmal schaffen wir. Okay. Ich gehe aus dem Tag. Ich lebe nur schon so lange und ohne ein einziges Werkzeug. Da kommt jemand. Ich habe ein Schwert. Ich habe ein Schwert. Ich komme zu dir. Du kriegst die Schafe. Wo bist du? Hier bin ich. Wo? Wo? Im Haus. Ich sehe dich. Ich habe Essen. Ich habe Essen. Ich bin hinter dir. Da unten auf dem Boden. Ja. Kam hier, damit du wenigstens ein bisschen Schutz hast. Ja, du brauchst auch, oder? Guck mal mich an. Wie viel hast du insgesamt? Drei. Ich meinte. Da kommt gerade irgendwo einer, glaube ich. Egal, komm. Wo denn? Wir haben jetzt ein paar Waffen und, ja. Ein paar Waffen. Eine Schiffe. Nein, nein, nein. Ich habe das Gefühl, es ist abgestürzt. Nicht abgestürzt, aber ich bin nicht gestorben. Nicht auch nicht. Immer ruft mich jemand an. Ich hoffe, ihr hört, das gerade nett. Ich glaube, es ist so ganz leid. Auch nödener, die das auch geht. Aber ist der zu schlimmer. Aber sehr, sehr, sehr wirklich sehr leise. Komm mal hier runter. weiter. Sie kommt zu. Mein Zimmer. Mein Zimmer. Mein Zimmer. Mein Zimmer. Hast du darüber, dass du zugemacht? Ja. Okay. Damit niemand reinkommt. Oh. Keiner darf hier rein. um er hat das Schaufel die Goldschwert willst du alter gut in der Ausbildung oder ist Goldschwert schlechter Holz ist stärker Holz ist stärker denke ich mal also ich denk schon weil Holz stärker ist so das wollte ich sagen du hast geschafft Eric was da ist jemand da ist jemand das tut ich kenne es ist wenn es gibt hier ein bisschen da liegt das er ist okay jetzt ist es was hast du ein paar Pfeile nein da ist nichts weil ich hab jetzt einen Bogen so jetzt mehr ausgerüstet das besiegt uns keiner mehr hoffentlich wir dürfen nicht so sagen wir müssen sagen ja wir gewinnen ja wir gewinnen ja wir gewinnen ja wir gewinnen ich wollte die Popo den Nase dir ist schon klar wenn man das in der Aufnahme hört mir egal das tut voll weh wenn du essen brauchst sagst du einfach ja wo bist du wo bist du Kiki kannst du mir den Tempo bringen weil ich hab rot das ist jetzt eine wichtige Frage flüssig oder hart dickflüssig ich bin nicht bei dir ich kann ja aber hier sind jetzt zwei andere in der Nähe von ich habe gestürzt was ist die Zeit aber ist auch abgestürzt ja Daniela Alina kennt ihr bitte bringen wenn es zu schwer für euch ist könnte auch beide zusammengehen hier hier was hast du gerade gemacht ich hab rotle an Hand oh bist du eklig pssst das hat niemand gehört das ist eklig was ich hab meine Nase gekratzt und da war auch immer sowas dran der ist schon klar weil ich die Aufnahme jetzt nicht in YouTube stellen kann wieso da sind ich hab mich erzählt einen Film ganz sind mach ich so wieso kann man also mit diesem Punkt ist der Moment und nix du bist du wirst du widsen und bist ganz nicht die verdient und jemand anderes unterscheiden ob es gerade ich komme das ist preparedness Ah deposited die diese glänzende dritt zu dritt bald im feiner bettel so und ehrlich ist das was ich von zu mir will nichts ausmachen wenn du das mit uns ist egal ob ich habe es ist auch wieder mal und auch ich wohl da war es niemand er kann man jemandem bringt in jeder Linie die Kummer des Planeten geiler Planeten inseln ist Prozent ich denke dass sie keine Kiste weil dort sind dort drinnen die immer man verkündet dort bin ich auch da vorher runtergeflogen und das zweite ist auch dort gestorben bei einer anderen das war ein anderes Ding wo man zu jump run machen musste wo ist der eine endlich ich ich muss die letzte wo ist der letzte Gegner außer Alas er ist die Kiste ich habe eine Kiste von einem Goldstiefel ich sehe den Kopfschmerzen hoch ich bin dabei ich habe auf dem Hochweg gefunden die Küste kommt schnell da ist jemand der mich töten ich bin bei der Neinsen und da hat er er hat ein Schwert so ist es auch ein Schwert Kronenberg ich brauche Essen komm runter unten gibt es Essen Mittagessen ja da ein bisschen Essen da ein bisschen Essen kann man müssen aber Kisten so für Pfeile und so und hoffentlich auch ein Steinschwert dringend Tempo mit seiner ich will sie sich könnten ich bin auch nicht wo ist es eigentlich die Schriftführer ist das Sektor für die Blitz ist das Blitzel die ganze Zeit die ist doch besser wenn wir von der Becken der Verzogenden Eisenschritten nein von dort wo wir gerade hin gerannt so ist er dort hinten das ist das ist das für uns so ich bin nur könnte sehen wo wir sind er ist auch schon cool es wurde gespielt aber nicht wenn wir ihn sehen ja das ist der alle waren es lebt als ich meine da ist ein Back wieso was ist denn dort ich kann durch diesen Berg zu sehen so gut schon wieder und er wird schon wieder jemand an werden keine Ahnung bei Haustelfon ja ja das ist schon unnötig ja das ist schon unnötig Aline er wohl hier ist die Nutzwert aber das nicht nicht ich habe meistens aber er ist da der ist da der ist da der ist da der ist da ich mache ihn fertig ihr 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 auch mal nicht im Tod ja okay Leute das das war's mit der Aufnahme und wir sehen uns da wir sehen uns das nächste Mal haut rein wenn es euch gefallen hat gibt ein Like da kommentiert und gib mir bitte ein Tempo und wenn es euch gefallen hat gib mir bitte ein Tempo jo und wir sehen uns das nächste Mal haut rein und ciao Leute